Liebe Studierende, willkommen zur 13. Videoübung des Semesters mit dem Thema Lebenszeit der Muonen. Mit dieser Aufgabe werden wir uns mit den Aussagen der speziellen Relativitätstheorie auseinandersetzen. Als physikalische Situation betrachten wir Muonen als Elementarteilchen, die normalerweise in der obere Atmosphäre, in ca. 10 km Abstand von der Erde, durch Zerfallprozesse generiert werden. Solche Elementarteilchen, diese Muonen, besitzen eine Lebensdauer oder Lebenszeit von knapp 2 Mikrosekunden und können sich sehr schnell bewegen, d.h. mit einer Geschwindigkeit, die fast so groß ist wie die Lichtgeschwindigkeit. Erstens fragt man sich, ob es möglich wäre, wenn sich ein Muon mit der Lichtgeschwindigkeit bewegt, Muonen auf der Erde zu beobachten, wenn nicht relativistische Effekte berücksichtigt sind. D.h. im klassischen Fall, im Rahmen der klassischen Mechanik, geprägt von der Galileo-Galilei-Transformation. Diese Frage ist äquivalent zu fragen, was für einen Abstand können oder würden die Muonen fliegen im Zeitintervall ihrer Lebenszeit, wenn sie sich mit der Lichtgeschwindigkeit c bewegen. Das ist einfach gleich Lichtgeschwindigkeit mal Lebenszeit. Und dies, numerisch, ist knapp 700 Meter. So, wir sehen, dass im klassischen Fall, d.h. ohne relativistische Effekte, wäre kaum möglich, dass die Muonen die Erde erreichen können, weil innerhalb ihrer Lebenszeit, bevor sie überhaupt zerfallen, also innerhalb eines Zeitintervalls, wo die Muonen überhaupt existieren, auch wenn sie sich mit der Lichtgeschwindigkeit bewegen würden, können höchstens knapp 700 Meter fliegen. Viel, viel kleiner als die 10 Kilometer als Abstand zwischen ihrer eigenen Quelle und der Erde. Wir möchten jetzt uns überzeugen, mit den nächsten Schritten dieser Aufgabe, dass bei der Berücksichtigung der relativistischen Effekte tatsächlich möglich ist, zu beweisen und zu bestätigen, dass Muonen können auf die Erde detektiert werden. Und gehen wir jetzt zur Frage B. Bei der Frage B betrachtet man solche Elementarteilchen mit dieser Geschwindigkeit, d.h. die Muonen besitzen eine relative Geschwindigkeit zur Erde, die fast so groß ist wie die Lichtgeschwindigkeit. Übrigens eine Aussage oder Voraussetzung der speziellen Relativitätstheorie ist, dass die Lichtgeschwindigkeit die größte mögliche Geschwindigkeit der Natur ist. Und dann man fragt, welche Flugdauer würde ein Beobachter auf der Erde für die Flugzeit des Muons von der oberen Atmosphäre bis zur Erde messen? Das lässt sich sehr schnell antworten. D.h. diese Zeit ist nicht anders als der Abstand, den die Muonen fliegen müssen, aus unserem Beobachtungssystem oder Bezugssystem, geteilt durch eben die Bewegungsgeschwindigkeit solcher Teilchen relativ zu unserem Bezugssystem. Und diese Zeit, sie ist 33 Mikrosekunden. So, wir sehen, dass diese benötigte Zeit, um den Abstand 10 Kilometer zu fliegen, wesentlich größer ist als die Lebenszeit der Muonen. Aber jetzt müssen wir uns fragen, was dies bedeutet, was diese Bewegung mit dieser Geschwindigkeit aus der Perspektive der Muonen selber bedeutet. Bevor wir diese Frage B vollständig beantworten, möchte ich erstens die Frage C anschauen. Und bei der Frage C wird gefragt, wie weit ist der Weg zwischen Atmosphäre und Erde, den die Muonen aus eigener Sicht zurücklegen, wenn sie sich mit dieser Geschwindigkeit bewegen. Diese Frage erinnert uns an eine Situation, die wir in der Vorlesung diskutiert hatten, nämlich die Situation, wo man ein Objekt der Länge L0 berücksichtigt, L0 ist die Länge des Stabs oder des Objektes in Ruhe mit mir, das heißt in meinem eigenen Bezugssystem, kann man sagen, ist die sogenannte Ruhelänge. Und man fragt tatsächlich, was würde ich messen als effektive Länge, wenn so ein Objekt der Ruhelänge L0 mit einer relative Geschwindigkeit v relativ zu meinem Bezugssystem, in seiner Längsrichtung sich bewegt. Und wir sehen, oder wir haben gesagt, dass die spezielle Relativitätstheorie voraussagt, dass die gemessene Länge kürzer wird als Folge der Lorentz-Kontraktion. Und deswegen der Weg zwischen Atmosphäre und Erde aus der Perspektive der Muonen ist es dann definiert als L' gleich L0, das wären diese 10 Kilometer Abstand zwischen ihrer Quelle und Erde, mal 1 minus ihre relative Geschwindigkeit in Quadrat, geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit in Quadrat. Und dies führt uns zu einer Länge von 450 Meter. So, wir sehen, dass die 10 Kilometer Abstand aus meiner Perspektive, aus der Perspektive der Muonen, sind nur knapp 450 Meter. als Folge der Lorentz-Kontraktion. Und im Vergleich zu unserer vorherigen Aussage bei der Aufgabe A, dann sehen wir, dass aus der Perspektive der Muonen müssen sie tatsächlich einen viel kürzeren Abstand fliegen. Das Ergebnis hier können wir jetzt benutzen, um die zweite Frage B zu beantworten. Und zwar, wie viel Zeit hingegen verstreikt wird das Muon unter relativistischer Annahme, bis mein Muon auf der Erde ankommt. Jetzt wissen wir, wie wir diese Zeit berechnen können oder müssen. Nennen wir diese Zeit T'. Das ist die Zeit, die benötige Zeit, die Flugdauer aus der Perspektive des Muons. Und ein Muon aus seiner eigenen Perspektive sieht sozusagen einen Abstand zu fliegen, die L' ist. Das heisst, ist L' geteilt durch die Geschwindigkeit, mit welcher die Muonen sich bewegen. Und diese Zeit ist dann gleich 1,5 Mikrosekund. So, wir sehen tatsächlich, dass jetzt aus der Perspektive der Muon die benötige Flugzeit viel kleiner ist, oder mindestens kleiner ist, als ihre eigene Lebenszeit. Das ist ein Beweis sozusagen und ist eine weitere Bestätigung, sodass Muonen können tatsächlich die Erde erreichen. Die Frage D ist auch eine interessante Ergänzung zu dieser Diskussion. Man soll hier berechnen, die gemessene Lebenszeit eines Muon aus Sicht eines Beobachters auf der Erde. Und hier kommt ins Spiel die zweite wichtige Aussage der Spezielle Relativitätstheorie, und zwar die Zeitdilatation. Allgemein wissen wir, dass die Zeit keine absolute Größe mehr ist in der Spezielle Relativitätstheorie. Das heisst, die Zeit ist bezugssystemabhängig. So, in der Vorlesung ganz allgemein haben wir die Situation angeschaut, wo wir mit einem Präparat zu tun haben. Und vom Präparat kennen wir die Lebenszeit oder Lebensdauer, Tau, wenn mein Präparat in Ruhe mit mir wäre. Wenn aber mein Präparat relativ zu mir mit einer Geschwindigkeit V sich bewegt, dann was ich messe als Lebenszeit, ist eine längere Zeit, nennen wir diese Tau-Strich, als Folge der Zeitdilatation. Das heisst, die Zeit läuft langsamer, sozusagen, und diese neue Lebenszeit, die ich messen würde, wenn mein Präparat relativ zu mir mit dieser Geschwindigkeit sich bewegt, ist die Lebenszeit in Ruhe. Also, wenn mein Präparat in meinem eigenen Bezugssystem in Ruhe wäre, geteilt jetzt aber durch ein Faktor Wurzel von 1 minus diese relative Geschwindigkeit in Quadrat, geteilt durch Lichtgeschwindigkeit in Quadrat. Und dies gibt mir eine neue Zeit, eine neue Lebenszeit des Muons, aus der Perspektive des Beobachters auf die Erde, die 49 Mikrosekunde ist. Wesentlich größer als die Lebenszeit der Muon, wenn die Muon als Präparat in Ruhe relativ zu mir wäre. Auch die Frage E ist besonders interessant, quasi als Ergänzung zu dieser Diskussion, die wir bis jetzt durchgeführt haben. Die Beobachtung ist, dass Teilchenzerfall ein statistischer Prozess ist. Das heisst, die Muonen, die eben in der oberen Atmosphäre generiert werden, werden nicht schlagartig verschwinden nach der mittlere Lebensdauer Tau. Aber wenn wir davon ausgehen, dass zu einem bestimmten Tau gleich 0 N0 Muonen generiert wurden, nach einer Zeit T, die Zahl der übrig gebliebenen Muonen, folgt eine exponentielle Abhängigkeit. Das heisst, die Zahl der übrig gebliebenen Muonen bei der Zeit T ist die Zahl am Anfang bei der Zeit T 0 mal E hoch minus T geteilt durch Tau, wobei eben Tau die Lebenszeit ist. Und jetzt sollen wir versuchen zu berechnen, welchen Anteil der in 10 Kilometer Höhe erzeugte Muonen bei einer Zeit T 0 kann man im nicht-relativistischen Fall auf der Erde zählen und auch im relativistischen Fall. Das heisst, wenn man die Aussage der speziellen Relativitätstheorie berücksichtigt. Jetzt können wir diese Formel weiterschreiben, weil wir müssen uns fragen, wie viele Muonen noch lebendig sind, noch vorhanden sind nach dieser Zeit T. Weil diese Zeit T, die wir erstens in der Frage B berechnet haben, ist die benötigte Zeit, oder Flugzeit muss man sagen, aus meiner Perspektive, als Beobachter auf der Erde, so dass die Muonen eigentlich benötigen, um 10 Kilometer zu fliegen. So, ich muss wissen, wie viele von solchen Muonen noch übrig geblieben sind nach 33 Mikrosekunden. Das ist dann gleich N0 mal E hoch minus 33 Mikrosekunde geteilt durch die Lebenszeit. Und von jetzt an kann ich jetzt unterscheiden zwischen relativistischen und nicht-relativistischen Effekten. Schauen wir erstens, was dies bedeutet, wenn wir nicht-relativistisch denken, das heisst, wenn wir immer noch klassisch im Rahmen der Galileo-Galilei-Transformationen arbeiten würden. Wobei, im Gegensatz zur speziellen Relativitätstheorie, die Zeit ist tatsächlich eine absolute Größe. Das heisst, in anderen Worten, im jeglichen Bezugssystem die Lebensdauer von meiner Muone immer gleich bleibt. So, im nicht-relativistischen Fall muss ich als Lebenszeit diese Lebenszeit von 2,2 Mikrosekunden ersetzen. Und wenn ich dies dann berechne, würde ich sehen, dass praktisch keine Muonen mehr überleben nach 33 Mikrosekunden, so der Anteil von noch übrig gebliebenen Muonen relativ zu der Anzahl am Anfang, bei der Zeit 0, ist 3 mal 10 hoch minus 7, diese Zahl, die ich am Anfang hatte. Wirklich nichts. Wenn ich jetzt aber relativistisch denke, oder besser gesagt, ich betrachte die Aussage der speziellen Relativitätstheorie, dann ich weiß, dass aus meiner Perspektive die Muonen diese Lebenszeit besitzen. Dann muss ich Tau als 49 Mikrosekunden ersetzen. Und wenn ich das mache, sehe ich, dass als Folge der Zeitedilatation noch circa die Elfte der Zahl der Muonen, die am Anfang generiert wurden, noch vorhanden ist. Und das bestätigt nochmals die experimentelle Aussage, dass Muonen lassen sich tatsächlich auf die Erde messen. Und dass Muonen generiert in 10 Kilometer Höhe auf die Erde detektiert wurden, ist somit ein Beweis, dass relativistische Effekte wesentlich sind und schlussendlich, dass die spezielle Relativitätstheorie korrekt ist. Wir haben somit die letzte Aufgabe der diesjährigen Serie von Videoübungen behandelt. Ich hoffe, dass diese Videos Ihnen gefallen haben und nützlich waren, um die Themen der Vorlesung zu vertiefen. Ich danke an dieser Stelle Ergi Ohm Schils für die technische Unterstützung. Alles Gute wünsche ich Ihnen und auf Wiedersehen.